Und finde Kaliya. Ihr seid zum Plaudern. Was wollt ihr? Ja, ich wollte eigentlich weitergehen. So, das ist eine Nordruine, wie wir sie schon öfters gesehen haben. Hier drin, dieser Ort riecht nach Tod. Es ist hier auch ein Grab. So, eine Truhe. Gold, makelloser Amethyst. Sehr schön. Was ist da gerade passiert? Gold, Zauberung. Oh, hi. So, vielleicht kurz zur Erklärung, warum sie so leuchten, die Gegner. Das ist, weil sein Zwergenschwert es verzaubert, das absolviert deren Lebensenergie. Deshalb leuchten sie rot und er leuchtet rot. Das heißt quasi, dass sie so eine Verbindung haben, dass sie Lebenspunkte verlieren und er sie dafür bekommt. Okay, da kommt man irgendwie rein. Gold und Silberring. Gold. Ah, hier. Geldbeutel und zwei Tränke. So, dann haben wir hier noch zwei Urnen. Gold. Gold und Silberring. Sieht an der Kette dort drüben und passt an die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte kein Bier alle fallen. Schlag gemacht. Okay. Gold. 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 Hi. Boah, ich wusste. Wir konnten das Inventar nicht öffnen. Das war doch wohl Zeitverschwendung. Gold. Ah, denkst du, ja? So. Hm, schnellfalle ausgewischen. Du musst dich wohl ein bisschen besser verstecken, mein Freund. Es geht nicht. So. Das war kein Kampf. Das war ein Hinrichter. Das stimmt allerdings. Ähm, Gold. Den Rest brauchen wir nicht. Adept, das dürfte nicht allzu schwierig sein. So. Oh. Mächtigkeit tränke, das ist gut. Ein paar Bären fallen. Gold und ein Zaubertrank. Hi. Okay. Wie enttäuschend. So. Droga. Gold. Winziger Seelenstein. Anfälligkeit für Frost. Gold. Gold. Hier nehmen wir das Gold mit. Also ich sehe jetzt nur eine rote Markierung. Ja, der Droga konnte durch den Stolperdraht durchlaufen. Ist auch mal wieder klar. So. Wir warten mal, bis er aufhört zu brennen. Wir haben hier eine Truhe. Gold und ein Zaubertrank. Ja, Mercer. Ey, komm mal runter. Gold. Gold. Gräbnisurne. Gold. Jetzt die Kette. Okay, also sehr viele rote Punkte. Ich stehe mir ein bisschen den Weg. So. So, hat doch alles gut geklappt. Gold. Markloser Granatstein. Gold. Dann haben wir uns nicht leid. Gold. Wie einige Heiltränke. Drei Diebe. Kennen wir auch schon anscheinend nach. Ich überlege gerade, ist das der Weg weiter oder ist das hier der Weg weiter? Lehrling. Das ist ja schon zu einfach. Schlossknacken verbessert. Truhe. Stahlpfeil, Gold, Wundertrank, Zaubertrank. Alles mit. Gold. 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 Wow, du hast was in den Kopf gestecken. So. 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 Drogerwicht. Gold. Drogerwicht. Mein Gott. Nordpfeil Gold. 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 Den hatten wir schon, soweit ich weiß. Nein, hatten wir nicht. Gold. Gold. Nordpfeil Gold. 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 So. So, das haben wir dann aber auch. Zaubertrank der kleinen Heilung. Gold. Zaubertrank der, weißt du das? Mittleren Heilung. Ja, da unten war aber noch ein Weg. Lydia ist übrigens nicht da, weil wir den jetzt als Begleiter haben. Amen. Vielen Dank.